so ich habe die daten die kann es dann von der agency untersuchen lassen meiner maschinengewehr ist weg auch ich bin trotzdem dauernd das kann doch das gibt es nicht oder das kann doch nicht sein ich habe die mit dem granatwerfer sofort eine fonds und der lebt noch jetzt sind gleich beide hier tauchen das ist so eine gute idee hier das war es aber nicht gegen alle hier ist so viel betrieb hier sind wir schon keine ahnung 15 leute oder so um mich rum wir sollten hier mal ein bisschen raus sonst könnte das sehr böse enden ja das sieht bei dir auch gut aus dahinten ja ja der kontrolliert sogar noch nach ob ich rumliege also ich mache mich jetzt wieder auf den weg zu unserem heli ja das ist eine gute idee wir sollten uns mal hier irgendwie raus nehmen ich brauche mich jetzt gleich zu dir weil das war ich so und tschüss so jetzt bin ich mal hier raus aus dem schöner sich auch in der fall genau die falsche richtung gespielt bin oder wir nehmen dieses schöne panzer fahrzeug hier vorne das sieht auch gut aus können wir auch machen wir holen dich super idee wenn ich mich gerade wieder zu euch bohrte du bist ja hier ein bisschen weiter weg ich bin eigentlich nur wissen so alles gut ja ja ich habe mich nicht dann funktioniert das auch ja das ist ein dreisitzer ist ich finde kein datt mehr ich gucke gerade irgendwo noch bloß das hinten weg luke hier doch doch alles gut genau was haben wir das nächstes noch weil die aufgabe hatten haben wir ja dann immer die nämlich jetzt als nächstes mit alles gut ich habe alles unter kontrolle das hört sich nicht gut an hier ist auch nur wo drei also jetzt doch zu dem ziel denn ja 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 ne fahrt so gut dann machen wir das in einem rutsch weiter schön an allem vorbei ja geil fahrt 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 guck mal wie sie da stehen ey fahrt ich könnte mir das jetzt einfach nicht entgehen lassen über die drüber zu fahren wir qualmen alles gut ein bisschen Bob Marley Action hier drin alter warum lenkt er immer so krass und willst du ein bisschen hörte ihn unseren besten Freund warum machen wir das ich versuche sich einfach nochmal mit dem Panzerwagen vielleicht hält der ein bisschen was aus ich glaube in der der glaube ich nicht mehr der ist glaube ich kurz vor Exitus hier so wie der qualmt alter diese Brücke ist das das ja ja ne das ist noch die Mission hier oder ich glaube schon ja hast du gerade gesagt unentdeckt so dann fahr ich ein Stück ich verstehe jetzt nicht was sie meint so die Frage ist ja ich schädig von unentdeckt sie hatte was gesagt deswegen frage ich gerade ob das irgendwie nein sie haben gerade gesagt dass sie die Hauptbasis von dem Kartell entdeckt haben warum ging es gerade im Gespräch sie haben Steuersende drin dabei ist das noch nicht mal gar nicht die Mission hier ist auch ein bisschen anderer Story Einsatz aber der andere liegt direkt dahinter also wir müssten hier sowieso durch dann macht das aber dann haben wir natürlich hier Action ne die scheiß Drohne funktioniert nicht sie wird gestört jetzt kann ich jetzt ist sowieso egal ne scheiße ich hab Fehler gemacht ich hätte mich im Laden aufladen sollen ähm ja ich hab einen erwischt nur der soll rein sich blöd jetzt dass ich keine der stört den da immer noch ganz schön rot hier vorsicht oben maschinengewehr ich bin jetzt getroffen und sagt da ist alles knallroten das hat aber nicht funktioniert auch es gibt es doch nicht warum explodiert es einfach nur noch hier ist alles knallrot wenn ich jetzt ich komme gerade nicht an euch haben das problem ich habe mich jetzt eh weggespawnt wie kriegst du den dingsklein den sender ich komme zu dir sind das deaktiviert so schon markiert direkt hinter dir ist einer der lebt man kann nicht sein das ist aber eigentlich mein job die ganze zeit verreckend ich bin auch da heute eine ausnahme du hast heute geburtstag dann machen wir das mal das war unser geschenk das ist unser geburtstagsgeschenk an dir ah hier ist die musik dankeschön warum er jetzt gerade weggeschossen hat ja ich versuche gerade ob ich euch kriegen kann die frage ist wo steht der da sind zwei mindestens die ich sehe ok da kommt einer einer von habe ich links von die am weißen augen ich weiß nicht ob er tot ist aber der ein und der ist auch noch jetzt hier jawohl den hat er nicht unten auf dem hof da steht jawohl ab jetzt war was für eine streuung aber ich habe ich muss jetzt unbedingt an diesem muni kiste ich habe nämlich keine ja hier ist eine perfekt leute jetzt gehen wir die aufklärungsdaten holen da in dem haus also die dokumente hier unten sind sie ich mag hier nachschub noch schnell ja habe ich auch ein bisschen gemacht drüben ist auch noch welches hier steht das boot ja ich hab die hat granatwerper moni wieder zusammen aber die irgendwie das tor auf ich nehme einfach den eingang es geht sonst noch jemand die schnauze vom gelaber dieser kartell ja super vorbeikommen ich glaube ich muss das ersprennen oder nachschub und dann springe ich das wo es hat es gemacht so aber hier stehen sie die baupläne die meisten seiner hightech entwürfe erstellt das soll sie von dort infos und fackeln sie den rest ich weiß mal eben meine kaffeemaschine ja so dann gehen wir mal die baupläne stehen wenn es möglich ist hier ist eine waffenkiste so wie kommen wir jetzt ich habe es hier ich habe es hier ich habe es okay es wird nur sein habe ich schon sehr gut perfekt so dann kommen wir wegen drohner siehst du gleich zwei einsätze auf einmal abgeschlossen ja so gut ich auch ich muss auch mal ganz schön auf toilette ja ja abend bei seefolge feierabend so 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 so